Mein Hasenherz und Alcatraz Charakter haben mich verknackt, zu achtmal lebenslänglich. Die Beweislast sei erdrückend, alle Schwüre wurden überhört, meine Zeugen nicht beachtet, Berufungsrechte abgelehnt. Dem Alltag war ich nur ein kleiner Praktikant, jetzt sitze ich in Einzelhaft im Schwerverbrechertrakt. Bei Cheddar-Käseknecke mit Kranwasser trank zum Abendbrot, die Hartmatratze nackt und fleckig ohne Laken. Aber auch ich liege nackig und dreckig, ganz ohne Bezug zu mir auf der Pritsche. Nur der Kaktus auf dem Rhesopaltisch streckt die Arme stetig höher Richtung Decke. Wohl um auszubrechen, wenn ich einmal flöchte, verkrieche ich mich nicht. Ich türme und ich himmle.